Hallo und Moin Moin Und weiter Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dark and Light Ja, und ich mache jetzt gar keine Versprechungen mehr Wir lassen uns einfach von unserem Tagesgeschehen treiben Planungen nützen hier sowieso nichts Wir kommen hier einfach nicht so richtig weg Ich schwebe hier schon wieder ganz komisch in der Luft rum Okay Ja, das ist so, wenn man schwebt, da kommen wir nicht weg Mist, ich brauche noch eine Kiste, Leute Wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Spaß Ja, wünsche ich auch So, ich will jetzt hier nochmal eben eine Kiste haben Sind alle so kleine Kisten Gucken, was brauchte ich Ich brauchte gleich Holz nur, ne? Ach nee, alle drei Sachen, okay Ich habe hier was gebaut, was ich gar nicht weiß, was das ist, aber es sieht gut aus Wo bist du, Dirk Wann? Oben auf dem Dach Achso Der gehört mir, lass den gerade, kannst du doch rausschmeißen Nein, ich habe meine zwei jetzt auch da rein, weil wir haben einfach nicht genug Kisten Um das jetzt hier nochmal zu sortieren extra Die Waffenkiste ist nämlich voll Also lieber Matt Mickey, erste Tagesaufgabe für dich Was ist dieser Brasier oder Brasier, was macht man damit und wofür ist das gut? Das war so ein komisches Wort, ne? Da läuft die Zeit rückwärts ab Replicated current fuel time Weiß der Däubel, was das ist Ich gehe mal aus dem Weg, vielleicht explodiert es gleich So, ich habe da noch meine zwei dazu getan Was ist das denn hier? Wieso liegt das hier auf dem Boden rum? Wer schmeißt denn hier den Mist auf dem Boden rum? Warte mal, warte mal Ich will jetzt losgehen Und warum ist das jetzt hier fein schwulen? Da ist es doch Ich packe das jetzt da hin und fertig Ach, das ist ja die Kemenate von unserer Eisenfaust Eisenfaust, klar Da gehe ich nicht dran Da werde ich dann reingezogen und wer weiß, was da passiert Eine fachgerechte Entkörperung Gut Warte mal, was ist das? Das ist doch der Frostblitz Achso, nee, dann habe ich zwei Ach, der ist ja nicht mehr gut Kann man Frostblitze reparieren? Ja Magik, ne? Ja Den musst du im Inventar reintun Und da mal anklicken Dann siehst du, was du für die Reparatur brauchst Äh, Moment Magisch schärben Achso, nee, dann müsste das auch ohne gehen Wenn ich magisch schärben Weil das geht ja Die habe ich ja noch So Und der andere war gut Der Feuerding Das habe ich nur einen Der reicht aber auch erstmal Gut Irgendwie müssen wir noch mehr Öfen haben und mehr Fleisch braten Das ist ein bisschen sehr langsam hier alles Mit dem Tropfen Ja, dann müssen wir ja nochmal einen aufstellen Aber nicht hier neben die Zauberbänke Da würde ich Oder was haben wir denn im Obergeschoss? Ist da nicht noch Platz für den Ofen? Vielleicht direkt an den anderen Kamin ansetzen Dass der durchgeht Nach oben durch Vielleicht geht das ja Ja, das könnten wir mal versuchen Aber ich kann irgendwie aus irgendeinem Grund noch keinen bauen Weiß der Dräubel warum Einen Ofen konnte ich doch bauen Das Äh, war denn das noch nicht so weit? Moment Äh Ach nee, das war das Solo Unser Fun Wo ich den Ofen bauen konnte Wer hat den Ofen denn gebaut? Das weißt du Magnus Magnus hat den gebaut, ja Jörg, wie ist der Name cool? Ich finde den cool Ja Ich kann noch keinen bauen, nee Das geht nur Hab ich nur aufgenommen Naja, arbeiten mit Profis Oh Mann, ist das Dusch da hier Puh Oh, kommt noch hin So, jawohl Könnte ich ja eigentlich auch sagen, ne? Was könntest du sagen? Mach mal hin Ja, ist doch dunkel Jetzt gehen wir sowieso nicht los Ich laufe doch hier nicht mit in der Nacht in der Gegend rum Zwerge haben Nachtsicht Also, ja Nein, ich mach hier erstmal die Tür zu Ich hab Angst Lass dir mal alles auf hier Ist ja unerhört Ja, klar Damit wir frische Luft in die Bude reinkommen Die kommt von oben Ähm So, warte mal Ich hab noch einen Bogen dabei Ich hab ein paar von diesen Steinen dabei Äh, Pfeile hab ich Ein bisschen davon Ich glaube, davon brauche ich im Moment nicht so viel mitschleppen Äh, ja, ich wollte eine Kiste bauen Genau, eine Kiste wollte ich bauen Ich brauche Damit ich mir oben noch eine Kiste hinstellen kann Dann brauche ich, glaube ich, Stroh, ne? Holz brauchte ich, glaube ich, auch, ne? Wusste das Holz schon wieder? Ja In der Holzkiste? Äh Hier ist kein Holz Er hat die Holzkiste entführt Komisch Ah, hier ist Holz Okay So Und was wollte ich jetzt bauen? Ich wollte irgendwas bauen Na, eine Kiste Eine Kiste, genau Eine Kiste Damit ich mir oben eine Kiste hinstellen kann Genau Aber klar, ich konnte Ey, warum steht meine Tür auf? Wer war hier drin? Schweinebacken Wir haben hier nur einen schweren Nöter Jo, ertappt Ich habe schon so sexy auf dem Bett gelegen Und wer kam nicht, du Scheiße So was Blödes aber auch Okay Wo ist die andere? Da ist die andere Okay Jetzt stelle ich die mal kurz dazu Moment So vielleicht Und drehen Jawohl Das passt doch Mach ich da nochmal einnähen Die kriege ich so nicht hingestellt Huch Jetzt schwebe ich an der Wand Oh toll Das geht so gar nicht, oder? Nö, dann muss ich die daneben stellen So Jawohl So Jetzt gucke ich mal Was ich da rein tue Und zwar diese Dinge Den nehme ich mit Den nehme ich mit Den auch Das packen wir unten wieder rein Das nehmen wir mit Welche Schwerter habe ich dabei? Ein Steinschwert Ein Steinschwert Ich habe gar kein Eisenschwert Wo ist mein Eisenschwert abgeblieben? Ich hatte doch mal ein Eisenschwert So ein Mist Muss ich mir ein Eisenschwert machen Bevor was los geht Oh, ich habe die Tür vergessen Oh, mit Schotten Reparieren, oder? Das Eisenschwert Ich habe gar keins dabei Vielleicht habe ich das versehentlich abgedrückt Hast du dann aussehen rausgepackt? Dort ist doch ein Eisenschwert, meine ich Ja, ja Du bist doch immer der Erste, der eins hat Ja, einfach damit ich besser treffe Oder so Ähm, warte mal Hier ist mein Eisenschwert, glaube ich Steinschwert Ja, das muss es sein Das hätte ich da Gut, wo sind die Waffen? Die sind dort Dann mache ich das so Das ist das Eisenschwert Jawohl, das passt So, dann habe ich hier meine Waffenreihe Und hier habe ich meine Werkzeugreihe Genau So, und jetzt brauche ich was zu essen noch Zum mitnehmen Und dann geht es los, oder? Geht es dann los? Los Ach, den lasse ich überraschen Was machen die denn eigentlich alle gerade? Ja, wir versuchen hier zu erarbeiten Questen zu erfüllen Aha Questen So, so Ja, da komme ich auch noch nicht weiter Ich bin ja schon froh, wenn ich überhaupt hier irgendwie klarkomme Äh, warte mal Das kann da noch hin Den packe ich da oben Das ändert sich sowieso andauernd Ups Ja, weil So, ich bin bereit Ich kann losgehen Was machst du denn für die Questen? Für die Quest Ich habe jetzt saurianische Steunenstatt Und saurianischen Holzschild So Und ich muss machen Äh, was muss ich denn machen? Damit Ich muss Die beiden herstellen Und wie stellen wir die denn her? Ja Können wir noch nicht herstellen Weil wir die Bedingungen nicht erreicht haben Guck mal bei dir Ähm Bei diesen ganzen Ähm Sachen nach Ähm Wie heißt das? Ähm Unter Äh C Reise nach Äh Reise Reise Archos Petel Petel Luftmagie Und zwar ist das unter Äh Abenteuer Was ist das denn? Ah Fernkampf Nee Nahkampfhandwerk Wo siehst du denn das? Dunkle Magie Erdmagie Reise nach Archos musst du anklicken oben Ja, hab ich Ach so Dann kannst du mal durchklicken Ja, ich guck hier Äh Gehst du auf das zweite Abenteuer Abenteuer Und dann guckst du mal Nahkampfhandwerk Und so weiter und so weiter Nebenhand Diese ganzen Geschichten Dann kannst du gucken Äh Was du für Voraussetzungen brauchst Um überhaupt irgendwas Machen zu können Rang 3 brauche ich Ich muss irgendein Schild Offenbar machen Kann das sein? Äh Das check ich noch nicht wirklich Ich will die Schilder gar nicht Was ist hier denn noch falsch? Und Okay Ah hier könnte ich Rang 5 Also Eisenschwerter können wir zum Beispiel Erst ab Rang Äh 6 machen Ja Was ist da? Und ab Level 30 So wenn ich das richtig sehe Erst Player Level 26 von 30 Ja ja Hier ist noch ein Palken Okay Also müssen wir schon Level 30 sein Um überhaupt Eisenschwerter machen zu können Ich habe erst 26 Kochen Ja Wüsste ich Ja Ja gut Treasures Da habe ich noch gar nichts Ach so Dann bei Sauriana Kannst du Satür Warte mal Sauriana Kannst du mal gucken Äh Schwert und Schild Satür habe ich hier Brauchst du Rang 1 Und ich bin 50% Also ich habe gerade mal 50% von der Bedingung erfüllt Ja Rang 1 Ich sehe jetzt aber auch leider nicht Ähm Was ich tun muss Um das zu erhöhen Ich habe auch Rang 1 Wir brauchen Rang 1 Du hast den Rang 1 noch nicht offen Die ist noch gesperrt wahrscheinlich Also der ist Ja grün oder was das sein soll Ja Das Schloss ist aber noch nicht auf Also ist es noch gesperrt Nein Nein Bei Rang 1 ist mein Schloss auf Bei Rang 2 ist es nicht auf Bei Rang 1 Da müsste sie das Schwert aber bauen können Wobei Warte mal Was ist denn da Was für ein einfaches Steinschwert Das ist deine Aufgabe Nein Geh mal bei Sauriana Ja bin ich ja Ein einfaches Schwert steht da Saurianisches Steinschwert Genau Aber bei mir ist es noch nicht auf Aber du kannst die Aufgabe dann wahrscheinlich schon erfüllen Wenn dein Schloss auf ist Dann müsste das funktionieren Ach so Vielleicht brauche ich noch Unerschütterliche Entschlossenheit Rang 4 Warte mal Wo ist das da Was habe ich denn Ah da fehlt mir Rang 3 und 4 Genau So Wie komme ich denn daran Dass ich das Unerschütterliche Entschlossenheit bekomme Wie kriege ich denn jetzt Die unerschütterliche Entschlossenheit Was ist das hier Das wird leider nicht angezeigt Wie man das dann erreichen kann Ja Das finde ich auch schade Vielleicht muss ich Satyr im Wald spielen Dass das hilft Einerschütterliche Kann ich doch da nochmal gucken Kampf Was ist hier nochmal Das war Saurian Was ist das Gorgon Das ist Nekromanza Was habe ich gesagt Das kann natürlich sein Dass das dann noch fehlt Aber da habe ich auch noch gar nichts gemacht Wie kommt man denn da dran Muss man wahrscheinlich erst die Quests Hier fehlen auch noch welche Okay Na Kampfhafen Verspüren Da alles Ne Auch nicht Ja Muss man mal sehen Es wird aber auch nicht angezeigt Wo man das erreicht Ja Das ist sehr, sehr schade Also für Elite im Sand Level 22 sind wir Das müsste also gehen Da müsste man halt mal gucken Ob man dementsprechend Irgendeine Quest annehmen muss Warte mal Saurian Dann gucke ich jetzt nochmal Ne Das habe ich noch gar nicht Ventox Der Felshütter Beschwörungsstein So Dann gehe ich die Quest nochmal durch Also Aufseher töten Geht nicht Kascha töten Geht nicht Das kann ich im Moment nicht bauen Weil ich das Level noch nicht habe Stelle Duftöl her Dann mache ich das erstmal mit dem Duftöl Da muss ich jetzt halt mal rausgehen Und Draußen Wollten wir nicht irgendwo hingehen Ja Können wir ja machen Wir gehen jetzt in den Sumpf Und dann holen wir Pflanzen für Duftöl Ja okay Gehen wir Duftöl holen Ich komme mit Ich bin draußen Wir können los Ja Da kommt jemand ganz eingeschlichen Magnus Was hast du da gerade wieder alles geladen Äh Knapp 1000 Holz Achso Weiter nichts ist Ja Kannst du da irgendwo Schmeiß hier irgendwo rein Ich glaube hier vorne Irgendwo gibt es nicht Nein Der muss da hinten Nein Da hinten ist Holz Genau Jo Und Kommst du mit Ins Moor Ins Moor Ich will dich versenken Was war auch Dass ich dich nicht versenke Wahrscheinlich komme ich nicht wieder Leute Machst du die Tür noch zu Jo Super Du bist richtig gut Also liebe Zuschauer Das ist dann die letzte Folge mit Wanderer Geht es jetzt los Oder geht es jetzt nicht los Nein Jetzt nicht mehr kloppen Du bist sonst überladen So hier Richtung Großen Baum Ja okay Großen Baum Ich folge dir auf dem Fuß Moment Deine Füße Moment Wo sind deine Füße Nein Jetzt nicht mehr Weiter noch Ich will ja die Blüten haben Fürs Parfüm Aber kommt man so ein bisschen blöde dran Im Moment Müssen wir genau zwischen die Dinger durch da Können wir auch dran lang vorbei Oder kommen wir da hinten wieder hoch Keine Ahnung Ich glaube nicht dass wir da rauskommen Warte mal Irgendwo kommen wir noch da vorbei Ach wir Wir gehen falsch Lass uns mal hier rüber gehen Oh Mann Wir stellen uns wieder schusselig an heute Die Männer mit ihrer Orientierung Scherne Und Quendi muss leiden Schnauze Schwanzloses Gesocks Was war das Keine Ahnung Ist dir auch egal Magie Er magiert wieder hier Da ist ein greif Kurz gucken ob ich hier Was ist denn da eigentlich für ein langes Ding Das ist unser altes Haus Ach so Da stehen immer noch Teile von Drei Wände aufeinander oder so Kann man die auch klopfen hier Kriegst du es teilen Ja klar Da steht tatsächlich unser altes Haus Äh wo sind die denn einfach Wenn die mal geradeaus laufen würden hier Da tun wir doch Na komm hin Panter du Was Panter Wo ist Panter Ich hole mir den Panter Dass sich die Leute immer vordringen Anstellen müssen aber ich krieg die Punkte ja trotzdem Aha Erschossen Falsch Ersperrt Und außerdem Schieß mir noch einmal in den Nacken Und ich klopke dir mein Schwengel ins Gesicht Was machst du da mit dem Nein du sollst das Schwert dem Vater Nimm doch das Schwert zum Hacken Ist ein Pfeil drin Ich will den Pfeil wieder haben Drei Stück müssen da drin sein Keine Pfeile Scheiße Ich kriege meine Pfeile nicht wieder Du hast doch hoffentlich 50 Stück mitgenommen Ja ich habe genug 399 Stück habe ich noch Wir gehen jetzt in den Sumpf Mal gucken Ja feuchte Füße habe ich schon Also ich habe ja hinten den leuchtenden Bommel an meiner Mütze Wenn ich dann tief im Wasser bin Seht ihr wo ich hergehe Solange nur die Füße feucht sind Und nichts anderes Wo ist denn unser Magnus schon wieder Töten Töten Immer nur ermorden hier Der ermordet sich durchs Leben Was für Level hat denn hier der Bommel Jetzt hat er gleich keinen mehr Ah 36er Schieß doch Schieß doch Ah Ah dann mach mal So Erledigt So Sechsmal Ja dann nehmen wir auch das ganze Holz mit ne Ich will durch das Holz Natürlich willst du das Holz Und wie du das willst Das ist doch nur Spezialholz Ja eben drum Na gut Ich will das Holz Ich helfe dir Ja finde ich ja nett von dir Zack wie gesagt So Okay So mal gucken Ja das geht gut mit der Armbrust Also Man muss eigentlich nur noch zählen und abdrücken Wo ist denn jetzt unser Bommel Äh Unser Leuchtener Bommel Ich laufe immer richtig in Großbräume Hatte denn da wieder Platte macht Oh Goblin Komplett Tote macht Jetzt finde ich mal mit Den Rest Ach da Jetzt zeige ich wieder alles mit Genau Kannst du auch nichts liegen lassen Na Gibt es nur noch Fleisch Aber die Bonbons esse ich jetzt nicht Man weiß was bei rauskommt Daher ist mir übel Obwohl Da sind wir noch in der Nähe von zu Hause Na gut Gehen wir lieber mal ins Wasser Da ist schon ein bisschen moriger hier Oh ja da könnten wir vielleicht was nützliches kriegen Warte mal Brombeeren Genau Was war das Ja die bisse grafische Fehler gibt es da immer noch So Ein paar Blüten Gras Ein paar Promis Will wissen wie ich an die Spezialblüten komme Für das Parfüm Das sind doch bestimmt irgendwelche Spezialblumen oder Ne die sind immer mal wieder mit dabei Ja mit der Sichel kommen sie Aber die vergammeln wir wieder bis wir zu Hause sind Das ist ja das Problem Bis dahin ist das Gras nachgewachsen Ich hör's schon rauschen Was hörst du rauschen? Das Gras von unten Ich dachte die Radieschen von unten Ach nee das war ja das Gras Hallo guck mich nicht so an Bist du schon tot? Oh der geht jetzt freiwillig hier ins Wasser Und holt die Fischis Ich nicht das macht Magnus immer Fischi 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 Komm Ich hab da ein bisschen Fleisch Leute Da ein bisschen Wo seid ihr eigentlich schon wieder alle? Guck guck Du schleichst ja ganz schön langsam Ich geh ganz normal Ach das ist Magnus der da hinten rumschleicht Ich bin am Herstellen Achso Ja dann blockiert das auch immer so ein bisschen So Kann man den da einfach rein? Ja versuch mal den Dauerlauf Versuch mal den Dauerlauf ein Schwert zu schmieden Ist die irgendwo ne Brücke dass wir da rüberkommen überhaupt? Au! 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 Die fressen mich! Ja hau doch drauf! Böse Fische Was habt ihr da von? Ihr seid ja halbtot Ah hier ist eine schöne Stelle Hier können wir schön rüber gehen Oh da ist Was hat der denn der Fisch? Der hat ja nicht mal was Bist du denn noch nicht tot du Fisch? Jetzt das schieße ich dir Der hat nichts Achso Ich stell mir Links mal ne Buch Komm her Ich will dich haben Der hat ja auch nur normales Fleisch Ich dachte der hat was besonderes Wo bist du denn jetzt? Mach gerne mal mit dem Bommel Am anderen Ufer Nicht den Bommel Oh mein da kommen aber ganz viel Fische jetzt Ja deswegen konnte ich ja auch richtig rüber gehen Du wirst von der Fische gefressen Und ich komm heile rüber Hast du ja alle umgenietet oder wie? Ja klar So ich bin auch drüben Dank der Umgenieteten Ich lass doch hier nix erleben Was mich hier angreifen könnte Also wo kann man denn da hin? Ja hier sind ja auch Piranhas da unten Ich hab hier fast ganz schön scharfe Zähne Was ist das? Kann man das denn ernten? Ah hier steht nochmal solche Dinger Moment Wo ist meine Sense? Ich versuch das mal mit der Sense Oh ja da sind Da fällt Blumen bei Genau Was haben wir denn hier noch? Das ist nur Stroh Das will ich jetzt grad nicht Äh Wo ist eigentlich schon so mal nie abgeblieben? Ja hier hinten bei der Wildsau Ich geh wieder Richtung große Bäume jetzt Dass wir in den Sumpf kommen Äh ich hab ja lauter große Bäume Aber ich bin mittendrin Äh Jetzt seh ich gar keinen mehr von euch Hilfe Ach da hinten hoppelt was Ich komm schon Zwerge können Gott sei Dank hoch springen Was sagst du denn da? Eine Eber Okay Den lass ich jetzt aber Den hab ich aber nicht gekillt Nee das war bestimmt Das war unser lieber Manni Ja Ja Oh Warte mal Ich muss hier nochmal ganz kurz was Vielleicht kriegen wir ein paar von den Blüten Jo Fettblumen Spinis Was? Ich fulge Deifi Ja das ist lustig Wo sind Spinnen Ich will mal Spinnen tot machen Oh Wieder eine schöne Karte gekriegt Wunderbar Hatten wir noch nicht Das Dinge Moment Was war ein Spinnen Ein Eber ist das hier Ich bin auch eine Spinne Da war nichts mit Spinne Eber sind das Ich glaube Elona Oder Nee Wie heißt der Ähm 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 Donner 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 Ja Er braucht eine Brille Das rote Vieh Groß Rotes Vieh Das war die Spinne Achso Die waren alle rot Von dem Vieh im Blut Da hinten Die darfst du jetzt platt machen Komm mal in meine Richtung Und dann machst du die jetzt mal da platt Moment Damit du sie auch kennenlernst Ja guck Warte mal Wo bist du denn gerade Hallo Mist ich sehe euch wieder nicht Ist ja das so ein Kein Dings ist Wo man so eine Richtung Angezeigt kriegt Ich trau mich jetzt einfach Hier rein So Wo seid ihr denn wieder Hingelaufen Könnt ihr nicht mal Bei mir bleiben Und mich beschützen Hier Da braucht Schutz Da lebt Irgend Da wird irgendwo gekämpft Warte mal Ich komm mal Richtung Kampf Ah da hinten Ich sehe Ich sehe Kampf Kampfgeschehen Moment Dank der Zahlen Sehe ich Kampfgeschehen Okay Huch ich komm hier nicht raus So Die Zahlen sind schon wieder vorbei Oh Irgendwie bin ich am was Vorbeigelaufen Ja Bleibt man da stehen Wo bist du denn Mitten im Gebüsch Hier Nein Zack Da ist ein Gerippe Das Böse Hatten wir auch noch nicht Will er ein Erfolgserlebnis Ja Beast Treasure Habe ich Rang 3 Auch zudem Hörst du nicht Donner Sondern Gwenny Heiß ich Gwenny Ja natürlich Heiß ich Gwenny Donner war die andere Moment Donner Blitz Und Hagelschlag Ich habe so viele Namen Dass ich gar nicht mehr weiß Welche Ich habe Irgendwas schönes freigeschaltet Super Das hat sich gut lohnt Irgendwas schönes freigeschaltet Sind wir denn jetzt endlich im Sumpf Da drüben glaube ich Ich sehe vor lauter Das ist vor lauter Sumpf Der Sumpf schlägt Ja das ist doof Wenn man so klein ist Man sieht ja nichts mehr Ich komme mal hier am Sammelplatz Bleibt mal hier stehen Wir müssen uns einmal kurz verabschieden Ja Ja Liebe Leute Wo ist Sammelplatz? Ja Ja Wie es weiter geht Seht ihr in der nächsten Folge Okay Also bis denn Macht's gut Tschüss Tschau Ja Dieses Video ist beendet Immerhin habt ihr bis hierhin durchgehalten Macht doch bitte den Daumen hoch Und nehmt ein Abo Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020